Was sollen wir machen, Chat? Halbes Herz? Wie weit ist Kevin gekommen mit meinem halben Herz? Er ist im Nether gestorben? Also er hat nicht Nether fertig geschafft? Okay, das krieg ich easy hin, das schaffen wir. Es ist eigentlich schlauer zuerst auf Dorf zu gehen und Nether erst danach, damit man einen Bogen hat, ne? In der Challenge, I guess. Barry Bush? Macht dieser Bush Damage, wenn man hineinläuft? Der ist aber neu, oder? Actually, kenne ich den nicht. Was soll ich weiterspielen? Okay, ich spiele weiter. Kevin, das tut aber auch Bush? Okay. Ich denke, das passt so, Bro. Danke, mate. Oh. Oh. Ich habe vergessen. Oh. Hä, Junge, es ist halt... Hä? Ich wusste nicht mal, dass es existiert. Ich habe der 1.14 voll wenig gespielt bisher. Aber ich sollte, glaube ich, zuerst für ein Dorf gehen, damit ich dort traden kann, damit ich einen Bogen kriege, damit ich Deutschländer habe. 3 Flint. Perfekt. So, jetzt muss ich nur noch einen Arbeitslosen-Typen finden, ne? Einmal den... Die Homeless Guys, bitte. Du hast einen Job. Du hast auch einen Job. Nein, ich brauche einen anderen. Ich brauche, wenn der nicht arbeitet. Wer ist denn hier frei? Und mit dir? Nein, der hat auch einen Job. Der hat auch einen Job. Was ist mit dir? Ah, das sieht doch gut aus. Komm her. Ich muss ihn jetzt einbauen, ne? Ich weiß aber nicht, wie es mit dem Einbau geht. Das weiß nur was. Jetzt stelle ich hier den Fletching-Table hin, oder was? Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Bist du jetzt ein Fletcher? Ah, ja. Gute Junge. Mhm. Perfekt. Gib mir mal den da. Ich brauche nur noch Pfeile. Aber Pfeile günst du mir gerade nicht, ne? Du kleiner 31er, du. Jetzt hat er keinen Bock mehr. Du kleiner Keck. Aber ich kann ihn jetzt einfach abbauen und dem anderen geben, ne? Weil wir haben hier noch mehrere. Du zum Beispiel. Du siehst auch arbeitslos aus. Ich habe eine Business-Opportunity für dich, okay? Okay. 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 Nein, äh, 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 äh. Geht er zurück? Kollege. Aber der braucht den Table eh nicht, oder? Der gibt mir eigentlich schon Pfeile, sehe ich gerade. Was für ein Pogu-Dude. Wie viele Pfeile will ich ihn mitnehmen, ist die Frage. Besser zu viel als zu wenig, ne? 3 Dacks ist easy genug. Okay, Jungs. Ähm, dann. geht es jetzt in den Nether. Löschen kann ich mich dort eh nicht, weil ich bin eh sofort tot. Also ich überlebe dort eh keinen Hit. Das bedeutet, wir werden einfach straight up entweder einen Lavasee suchen oder einen Lavasee suchen oder halt unten in der Höhle gehen. Aber ich glaube, Lavasee suchen ist besser. Höhle ist nicht so smart. Bin ich schneller als Kevin bisher, Chad? Beziehungsweise wie lange hat Kevin das halt getried? Fragen wir es mal lieber so. Kevins Let's Run ist eine Stunde zehn Minuten und da kommt er gerade aus dem Nether raus oder was? Schlecht. Also wenn ich das so überbieten kann, dann bin ich ja schon zufrieden. Muss ich gar nicht machen. Außer ich wette mit Basti. Aber ich glaube, bei einer halben Herzchallenge mit Basti wetten ist halt ziemlich bepeger, weil die ist halt echt schwer. Also das ist glaube ich eine der schwierigsten Challenges, die er bisher gespielt hat. Also wenn ich jetzt nicht bei den Lavasee finde, gehe ich zurück zum Dorf und grabe mich irgendwo runter. Also for real. Oh, was geht ab? Treppe deine Liebe durch die Nacht. Also ich will jetzt halt echt nicht complainen, aber Lavasee wäre schon chillig. Bin jetzt schon richtig weit weg von meinem Dorf. Aber vielleicht finde ich ja noch mal ein neues. Vielleicht finde ich ja noch mal ein neues, Chat. Pepega. Oh, da ist ein Schmieder. Okay, der ist nicht da drinnen. Banko? Nein, warte. Hä? Der ist oben im Dach drinnen. Oh Gott, Alter. Und dann waren diese Partikel da. Ich hatte gerade so Panik, Junge. Also hier hätten wir halt zwei Lava vorkommen jetzt, ne? Aber sonst auch wieder nichts. Bruder, es ist halt dieses andere belastend. Ich will einfach nur ein Lavasee. Baby, sag mir, warum liebst du diesen Typ mit den Nikes? Warum schaust du mich nicht an und gehst nur vorbei? Wie hoch ist die Chance, dass hier oben Lavasee ist? Höher als unten? Junge, ist das so Pepega? Junge, wie paroniert man einfach wird, wenn man ein halbes Herz hat? Der Gast war noch nicht mal geladen. Der war noch nicht mal geladen. Das ist fucking Scam. Kann ich mich da hinten pehen, irgendwie? Muss ich das angeben? Warte mal. Ich will kurz sehen, wo der war. Aber der ist jetzt safe eh schon weg, ne? Der war nicht mal geladen, der Pisser. What the fuck, man? So, warte mal. Hat der mich von da abgeschossen? Ähm. Bro, what the fuck? Warte mal kurz. Habt ihr einen Clip davon? Wenn der Typ mich jetzt da von da hinten abgeschossen hat, dann spiele ich weiter, dann zähle ich das nicht, das ist ja absoluter Scam. Ist ja genau dasselbe Scheiß wie Basti mit seinem unsichtbaren Creeper damals. Ist ja absoluter Bullshit, wenn der Out of Render Distance ist. Ich hab den nicht gesehen, oder? Blick mir mal einen Clip, wo ich gerade gestorben bin. Bei Basti ist die Lava auch nicht geladen, als er gestorben ist. Wait. Ah, ist das ein Clip von Basti? Schick mir mal einen Clip von meinem Tod, ich will es mal sehen. Mann, gib mir doch die Blaze-Rods, Mann. Oh, das ist aber saubend, was er da macht. Oh, er kassiert den Pfeil, oder? Er kassiert den Pfeil. Er kassiert den Pfeil. Ja. Auf sowas würde ich aber aufpassen, weil ich das schon weiß, dass was passiert. Es war nicht mal ein dummer Tod, es war einfach keine Ahnung. Hast du S2 gesehen? Weiß nicht, ob ich rangehen soll. Ich fand ihn nicht so gut. Aber ich bin auch kein Fan von S1 gewesen. Aber S1 war definitiv besser als S2. Nee, Bruder. Das zähle ich nicht. Also no joke, da könnt ihr mir nix erzählen. Der war weder geladen und der Pfeil war instant. Habt ihr das gesehen? Der hat schon geschossen, wie ich noch im Loading-Screen war. Das ist absoluter Bullshit. Das ist absoluter Bullshit. Wenn ich ihn wenigstens gesehen hätte, ne? Aber das ist absoluter Bullshit. Nee, sorry. Das spiele ich weiter. Wo ist der Schiedsrichter? Ich bin der Schiedsrichter. Absoluter Bullshit ist das einfach hier. Seitdem mein Inventar, dann geh ich raus aus dem Creative. Easy peasy. Schummler, wer weiterspielt. Absoluter Bullshit. Das soll ich mir nicht anreden. Ich sterbe jetzt ehrlich an den Blazers, Alter. Das hat nicht solche Nichtsgönner. Lass mich wenigstens an den Blazers downgehen wie ein Ehrenmann. Und nicht an fucking Ghast, den ich nicht sehen kann. Das ist absolut. Absolut Bullshit. Passt jetzt nicht auch mal bei einer Challenge wieder revived, ne? Und auch geheilt. Also erzählt mir jetzt nix. Ja? Sonst klatscht's. Der Try wiedersehen nicht wegen Karma? Ja, kann eh sein. Scheiß drauf. Das ist lecker. Im End kann ich eigentlich nix finden, was ich brauch, ne? Im End eben netter. Also in der Festung. Oh wait, ist der zu? Und der ist offen, ne? Oh, Bruder, Alter. Vorsichtig. Der ist immer noch nicht tot. Du hast ja mal gesagt, du bist HTL gegangen. Welchen Zweig? Netzwerktechnik. Netzwerktechnik und Informationssysteme. Hm. Das ist halt ne... Das ist halt tricky, ne? Da wird's doch wohl mehr als eine Wave. Fünf Rots. Nice one. Damit, damit lässt sich arbeiten. Okay. Das war einfach als gedacht, aber die Festung war insane. Aber ich sag auch, wie gesagt, wenn ich das jetzt schaffen sollte, diesen Try, dann würde ich's auch nicht voll zählen. Also ich würd's nochmal machen, wenn's wirklich drauf ankommt. Weil der Tod mit dem Ghast halt, ja. Ihr wisst, was ich mach. Das ist nicht First Try, ich bin schon einmal gestorben. Also ich bin an dem Barry Bush gestorben direkt am Anfang. Nach 10 Sekunden oder so. Wir haben aber dieselbe Map dann behalten, weil ich ja noch nichts gemacht hab. Und, ähm, ja. Jetzt bin ich gerade an Dings verreckt, an dem Ghast, der noch nicht geladen hat. Und da hab ich mich revivet. Also wenn ich das jetzt schaffen sollte, dann zähl ich's eh nicht ganz. Weil die Challenge, also wenn du die halt clean schaffst, dann pogo. Okay, wie mach ich die Trades bei dem Dings? Jetzt muss ich den Braustein erstmal craften, ne? So. Der hier hat keine Arbeit, komm. Wenn der so Kopf tritt, hat er keinen Bock zu arbeiten, oder? Ne, der hat keinen Bock, okay. Muss ich mir einen anderen suchen. Muss ich mir einen anderen suchen? Was ist mit dir hier? Du hast sicher Bock zu arbeiten, oder? Komm. Ich hab da eine Business Opportunity für dich mein Freund. Jawollo. So, was muss ich traden? 20, 8, 12. 13, Augen. Geil, Omatico. Okay, wohin? In diese Richtung. Alright. Seid ihr Hype-Chat, Alter? Wir sind jetzt bei einer Stunde. Welchen Chord sind wir überhaupt? 1, 7 und minus 600. Ich glaub, dass das endlich gleich irgendwo ist. Ich glaub, ich sollte gleich nochmal werfen. Ich glaub, das ist hier direkt irgendwo. Ich wusste, es ist direkt da. Guck, Jungs, ich bin so gut. Ich bin so gut in diesem Spiel. Ich glaub, einmal werf ich noch. Ich hab eh 13. Wenn ich noch weiß, ob ich noch weiter muss oder zurück. Ah, okay, es ist hier. Ah, das ist aber kaputt. Ähm, es müsste dann irgendwo... Also da ist das Dorf. Es ist halt legit hier drunter eigentlich. Er ist legit hier drunter. Geh mal hier drunter. Oh. There we go. So. Okay, jetzt muss ich schauen, dass ich mich nicht ins Silberfischding rangrabe, ne? Das darf nicht infested sein. Da ist es. Da ist es, Jungs. Wie bauen wir uns da oben jetzt hin? Ich glaub, wir haben es geschafft. Also ich mein, es ist noch nicht over, aber... Der Part ist mal geschafft. Pfeile haben wir auch noch genug? Wir haben jetzt halt keinen Speed oder sowas, ne? Aber... Wir haben das Portal. Jungs, Alter. Es war ein schöner Versuch. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Es ist halt so ein Bullshit, diese Hitbox. GG. Fs im Chat. Ich verstehe es nicht, Mann. Ich verstehe diesen Drachen nicht, Alter. Es ist so ein Bullshit. Hahaha. Ich verstehe das auch immer. Wenn du jetzt auf dem Mal wieder zurück Davidson